Next time Brenne Stirb doch einfach Leute Danke Es würde mir noch vieles speichern Erleichtern Alter So, der nächste ist tot Ich muss gar nicht aus dem Pfeil rausbeziehen, Junge Tschüss Hä Alter Ringe die Pizze mit anfassen hier oder was? Ist hier draußen sonst noch jemand? Glaube er nicht, ne? 32% verbladen noch Du 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 Hier, wo die ich gar nicht wissen will. Äh. Ich nenne euch jetzt Eishammer. Ihr zeigt große Leidenschaft für den Kampf und Mitgefühl für die, für die wir kämpfen. Ihr werdet für unsere Sache allmählich unverzichtbar. Wir tun das, was wir tun, aus Liebe zu unseren Brüdern und Schwestern. Hier, nehmt dies als Zeichen erwiderter Liebe. Okay. Ein Elfenschild haben wir bekommen. Und jetzt? Ihr werdet in Chalmarsch gebraucht. Es gibt viel zu tun. Okay. Verstanden. Talos möge euch leiden. Gut, aber in der Hinsicht werden wir aber jetzt doch was anderes machen. Weil wir hätten ja noch die Quest Drachenblut. Und wir haben die Reise nach Soltheim. Äh, aber das wäre ja eine Hop-Quest. Die machen wir mal dann aus. Und... Gehen dann mal zur Akademie von Winterfeste. Da war's denn hier mit dem Licht gerade los hier. Danke. Ein bisschen Nebenquest machen schadet ja nicht, ne? Sooo. Sooo. Hm. Die Weltkarte bitte. Genau, da müssen wir dann in die Akademie dann rein. Eine etwas andere Quest. Wo war das? So, dann muss ich dann... ...da hinten durch. Überquert die Brücke auf eigene Gefahr. Der Weg ist gefährlich und das Tor wird sich nicht öffnen. Ihr werdet keinen Einlass finden. Was ist das hier für ein Ort? Oh, Verzeihung. Die meisten kommen hierher, weil sie schon von der Akademie gehört haben. Dies ist die Akademie von Winterfeste. Ein sicherer Hafen für Magier im Himmelsrand. Ein Ort der Weisheit und des Erkanen Wissens. Ja? Warum seid ihr hier draußen? Ich bin hier, um denen zu helfen, die die Weisheit der Akademie suchen. Und wenn meine Anwesenheit dabei hilft, jene abzuschrecken, die womöglich nichts Gutes im Schilde führen, dann umso besser. Die wichtigere Frage lautet... Warum seid ihr hier? Kann ich der Akademie beitreten? Vielleicht. Aber was erwartet ihr darin zu finden? Ich möchte die Macht des Eises und des Feuers nutzen, um alle zu zerstören, die sich gegen mich stellen. Ich möchte den Willen der anderen um mich herum beugen. Ich möchte die Rätsel von... Äh... Aferius lösen. Ich möchte nur einmal hineinblicken. Ah, die Ebene der Unsterblichkeit. Es heißt, sie sei die Quelle aller Magie. Das ist in der Tat ein hehres Ziel. Es sieht so aus, als hätte die Akademie, was ihr sucht. Jetzt lautet die Frage, was ihr der Akademie bieten könnt. Nicht jeder erhält Zutritt zur Akademie. Wer hier eintreten möchte, muss zeigen, dass er mit Magie zumindest umzugehen weiß. Ein kleiner Test, wenn ihr so wollt. Tch. Wir wissen beide doch, dass ich hier erfolgreich war. Ich stelle mich eurer Prüfung. Natürlich. In Ordnung. Das kann ich machen. Ich freue mich darauf. Okay. Feuerblitz. Dann muss ich mal eben einmal... Zerstörungszauber... Feuerblitz. Ich glaube, ihr werdet die Akademie hervorragend ergänzen. Willkommen, Lehrling. Ich führe euch über die Brücke. Sobald ihr drin seid, solltet ihr mit Mirabelle Erwin, unserer Hubmagierin, sprechen. Bitte folgt mir. Ja, ich hatte nur gedacht, ob man sperrt. Nach. Achso. Dachte schon, oder? Das sieht schon... Das sieht schon geil aus, so wie die Akademie so oft zu... Naja, nicht ganz so dicken Felsbr... Fels... Naja, egal. Felsversprung drauf gebaut ist. Weil die untere Hälfte doch schon sehr dünn ist. Und... Das hier sieht man auch nicht sehr sicher aus. Achso... Da könnte man schon... Schon sterben. Wenn man da runterfällt. Akademie von Winterfeste entdeckt. What the fuck? Okay. Äh, was muss ich denn jetzt hier machen? Habe ich eine Aufgabe? Unterhalte dich mit, äh... Ist das... Aufgabe, die hier ist, oder eine Aufgabe, die woanders ist? Ich weiß es nicht. Ich glaube, meine Worte waren recht eindeutig. Ja, natürlich. Ich versuche nur, den Grund für diese Entscheidung zu verstehen. Ihr mögt es gewohnt sein, dass das Kaiserreich auf jeden eurer Wünsche eingeht. Doch hier genießen die Talmor keine solche Vorzugsbehandlung. Ihr seid ein Gast der Akademie, mit freundlicher Genehmigung des Erzmagiers. Ich hoffe, ihr wisst diese Chance zu würdigen. Ja, natürlich. Ich danke dem Erzmagier. Sehr gut, dann sind wir hier fertig. Okay, der kommt mir nicht so ganz geheuer vor. Willkommen an der Akademie. Ich wurde beauftragt, euch aufzusuchen. Ein weiterer Neuzugang. Ich bin überrascht, wie viele neue Studenten es in letzter Zeit gibt. Nun, äh, zuerst braucht ihr dies hier. Es ist keine Pflicht, diese Kleidung zu tragen. Aber vielleicht sagt sie euch mehr zu, als das, was ihr da tragt. Ich führe euch kurz herum und dann bringe ich euch zu eurer ersten Unterrichtsstunde. Seid ihr bereit? Also erst mal, wieso soll ich nicht zufrieden sein mit meiner Rüstung? Also wirklich. Äh, ich würde mich gerne umsehen. Ja, aber ich würde vorher gerne mal die Objekte rausschmeißen, die ich bekommen habe. Kleidung. Ähm, weil das brauche ich echt nicht. So, ein bisschen, ein bisschen mehr wert. Zerstörungszauber. Zerstörungszauber. Okay, ich glaube, das kenne ich schon. Da muss ich dann aber nochmal... Natürlich. Natürlich. Alles klar. Alles klar. Boah, das ist ja so... Laaaab... Ah, scheiße, ich renn! Renn, Frau, renn! Lauf, August, lauf! Äh... Ich sehe schon, das wird schon in Ewigkeit dauern. Das Kleine ist die Aufnahme schon längst fertig. Unsere neuesten Mitglieder werden hier in der Halle der Begräftigung untergebracht. Bitte senkt eure Stimme, solange ihr dort drinnen seid, denn es kann immer vorkommen, dass jemand gerade an einer Forschung oder einem empfindlichen Experiment arbeitet. Aber natürlich, ich werde ganz laut, äh, ich werde ganz laut, äh, ganz laut, ich werde ganz leise flüstern. Hehe, ich hoffe, man hat das überhaupt noch in der Aufnahme gehört, ich weiß es nicht genau. Jetzt zeige ich euch eure Unterbringung. Ihr teilt euch die Räumlichkeiten mit euren Mitlehrlingen, die ihr schon bald kennenlernen werdet. Ah, ja. Bist du da bist, habe ich mir ja schon alles genau angeschaut. Ah, ja. So kann ich, habe ich in meinem Raum... Ja, natürlich. Könnte ich auch ein bisschen Schundel abladen, ne? Schick, schick. Mensch, danke, ich habe fünf Gold hier dran gefunden, die mir gehören. So. Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Passiert der Raum gleich durch, da ist ein bisschen Stroh drin. Oh, die Piste. Nein, ich werde sie jetzt mal nicht aufmachen. Aber hier geht es nach oben. Also hier oben sind einfach nur noch mehr Räume. Wo noch ein paar drin schlafen, ne? Ist es schon so spät? Ähm, bevor wir jetzt in die Halle da reingehen, würde ich dann doch lieber gern die Aufnahme beenden. Ist leider schon vorbei. Die Woche ging schnell rum. Hier hören wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.